Hallo, ich bin Rita. Wie heißt du? Ich bin 14. Wie alt bist du? Bist du vier? Bist du vier? Bist du sieben? Bist du zwölf? Bist du zwölf? Wie alt bist du? Hallo aus Berlin. Wie heißt du? Guten Tag Berlin. Wie heißen sie? Wie heiß du? Wie heißen sie? Wie alt bist du? Und wie alt sind sie? Hallo, ich bin Rolli. Wie heißt du? Ich bin 15. Wie alt bist du? Bist du zehn? Bist du zehn? Bist du dreizehn? Bist du elf? Bist du elf? Wie alt bist du? Hallo aus Berlin. Wie heißt du? Guten Tag Berlin. Wie heißen sie? Wie heißt du? Wie heißen sie? Wie alt bist du? Und wie alt sind sie?